Nimm das ernst, dann kannst du anständig arbeiten. Wenn du anständig arbeiten kannst, bist du eher fertig. Wenn du eher fertig bist, bist du eher am Strand. Oh, moin Leute! Sorry, ich bin gerade ein bisschen am Arbeiten, aber das war ja ein Thema, über das ihr mal sprechen wolltet. Arbeiten im Camper, das gucken wir uns heute nämlich mal ein bisschen genauer an. Zumindest mal so, wie ich aus dem Camper arbeite und ich mache das ganz schön oft. Ja, Arbeiten im Camper. Ich dachte ja, das Thema wäre schon lange durch, durchs Dorf, aber es kamen immer wieder Fragen, egal ob du mal über Internet im Camper gesprochen hast, über Strom, Wechselrichter, was auch immer. Immer wieder kam die Frage, du arbeitest ja auch aus dem Camper. Sag doch mal, wie machst du das eigentlich? Mit was für Geräten und warum arbeitest du eigentlich? Du bist so YouTuber. Ja, aber der Reihe nach. Vielleicht muss man als erstes mal verstehen, das gilt jetzt natürlich hier nur für mich. Muss ich jetzt auch mal wieder sagen. Also ich kann jetzt wieder nur aus meiner Perspektive reden. Ich bin Fotograf und Filmemacher, mache Marketingberatung und ja, dieses kleine Freunde-Radio mache ich hier natürlich auch noch. Für die Themen Fotografie und Film bin ich in Europa unterwegs. Ich bin Lifestyle-Fotograf und meine Kunden treiben sich irgendwo rum. Deshalb, also für mich war es schon immer total egal, von wo aus oder wo ich wohne. Meine Kunden sind eh nie da, wo ich bin, sondern ich muss immer zu meinen Kunden hinkommen. Da gibt es Kunden in Hamburg, da gibt es Kunden in Frankfurt, es gibt aber auch Kunden in Basel und wo auch immer, you name it. So und deshalb war es für mich schon immer wichtig, ein Fahrzeug haben, weil nämlich manchmal diese Produktionen, die ich mache, Lifestyle-Fotografie, das ist eben auch nicht immer irgendwo im Innenraum, sondern es ist oftmals auch draußen an irgendwelchen Locations. Und manchmal fotografieren wir auch dort, wo gar nicht der Kunde selber ist, sondern eben irgendwo anders. Das heißt, ich muss sowieso, was den Ort meiner Tätigkeit angeht, flexibel sein. Und da ist natürlich, bietet sich ein Camper natürlich einfach an, muss man jetzt auch mal sagen. Das heißt, wenn ich zu einer Produktion nach Hamburg fahre, mache ich natürlich den Trip mit dem Camper. So und für mich ist es dann wichtig, dass ich in dem Camper eben arbeiten kann, weil ich eben nicht nur dort arbeiten möchte, wo ich gerade mal eine Produktion habe, sondern ich möchte auch dann eben arbeiten können, wenn ich gerade mal Lust dazu habe, ich spinne jetzt mal, meine E-Mails aus den Bergen zu machen. Dann möchte ich das auch im Camper tun. Zeitgleich wisst ihr, ich mache diese Videos, diese Camping-Videos. So und da ist natürlich auch immer notwendig, irgendwo auch mal schnell ein Video zu schneiden, wenn du unterwegs bist, auch bei einer Location irgendwas machen möchtest. Da ist das eben wichtig. Und deshalb war es mir wichtig, in diesem Auto sowas wie ein Produktionsfahrzeug quasi im Camper zu haben. Also hier drin ganz normal so arbeiten zu können, wie ich das zu Hause eben auch kann. Jetzt ist es glaube ich so, dass, darf man eigentlich sagen, dank der Pandemie, weiß ich gar nicht, generell dieses Thema von irgendwo arbeiten, glaube ich, viel, viel mehr Sichtbarkeit bekommen hat. Und ich glaube, dass deshalb viele Leute auch sagen, Mensch, wenn ich von zu Hause aus arbeiten kann, dann kann ich eigentlich auch aus dem Camper arbeiten. Und in der Regel stimmt das auch, wenn du ein paar Vorkehrungen triffst, dass du eben aus dem Camper anständig arbeiten kannst. Weil ansonsten muss ich auch sagen, verstehe ich jeden Arbeitgeber, wenn du auf Mallorca mit einem Camper stehst und sagst, ach ja, hier heute schlechtes Internet, ich komme nicht rein zur Telco. Ja, das ist natürlich blöd. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass du die Möglichkeit hast, auch anständig arbeiten zu können. Und dazu meine ich natürlich das Thema Internet. Jetzt haben wir über das Internet-Thema aber, glaube ich, schon oft genug gesprochen hier im Kanal. Aber eben auch sonst, also die Themen Ergonomie, habe ich einen anständigen Bildschirm, einen anständigen Sitzplatz und schmeckt der Kaffee, ist ja auch ein wichtiges Thema, oder? Ja, jetzt schauen wir uns doch einfach mal so meinen Arbeitsplatz an, der hier ist. Und jetzt ist das schon wieder falsch, wenn es losgeht und ich sage meinen Arbeitsplatz, weil der sieht nämlich immer anders aus. Also es ist mal ein Produkt, das ist immer gleich. Das ist mein MacBook Pro. Ich habe einen 16 Zoll MacBook Pro, mit dem ich arbeite. Das ist ein M1, glaube ich. Also gar nicht hier der neueste, den jeder haben muss, sondern es ist halt einfach ein M1, weil der von der Performance wirklich mehr als ausreicht. Und zwar auch für Videoschnitt in 4K und alles, was dazu gehört. Also das ist mein Notebook. Dann gibt es dazu ein, zwei, drei externe Festplatten, die immer mit dabei sind. Das sind so SSDs, die hier über USB-C angeschlossen werden. Das hier zu meinem Arbeitskreis, das ist immer dabei. Das heißt, auch dann, wenn ich mal mit einem kleinen Fahrzeug unterwegs bin, dann ist das auf jeden Fall immer dabei und damit kann ich auf jeden Fall schon mal arbeiten. Arbeiten heißt in dem Fall aber, ich kann meine Mails machen, ich kann reagieren, ich kann Angebote schreiben, meinen ganzen Papierkram machen. Das reicht in der Regel, wenn du mal auf einem kleinen Trip bist oder sowas oder nebenbei bei einem Kundenprojekt gerade fotografiert hast, dann reicht das natürlich aus, um am Abend deine Mails zu machen und zumindest mal so up-to-date zu sein. Dafür reicht das vollkommen aus. Reicht aber aus meiner Sicht nicht aus, auch wenn ich weiß, dass viele Kollegen das machen, reicht aus meiner Sicht nicht aus, um Bilder zu bearbeiten oder Videos zu schneiden, weil dazu ist mir mein 16 Zoller dann auch zu klein. Das geht. Du kannst mal kurz eine kleine Sequenz oder sowas schneiden. Aber ganz ehrlich, ich arbeite zu Hause am Desktop mit einem 32 Zoll Monitor. Das ist mal gerade das Doppelte von dem, was der kleine 16 Zoller kann. Das ist alles niedlich, aber wenn ich wirklich im Fahrzeug, also wenn ich quasi länger auf einer Produktion bin und wenn ich sage, ich habe zum Beispiel eine mehrtägige Produktion und möchte am Abend schon mal meine Bilder sichten, dann bestehe ich darauf, einen anständigen Monitor zu haben. Wenn wir jetzt über Monitor reden, dann gibt es da natürlich verschiedene Optionen. Ich habe mich für im Camper für 27 Zoll entschieden und da gibt es eigentlich zwei Varianten, die ich dabei habe. Entweder ich habe diesen hier dabei, das ist so ein Standardmonitor, der steht auch meistens hier im Camper. Das ist ein Produkt, den gibt es leider nicht mehr, deshalb kann ich euch den nicht empfehlen. Das Schöne an dem ist aber, der hat 2560 Bildpunkte Breite, das ist kein 4K Monitor. Und da merkt ihr schon, da unterscheidet sich es. Das ist für mich so ein Standardmonitor zur Bildbearbeitung. Der hat ein ganz tolles Display, der ist kalibriert, den mag ich zur Bildbearbeitung einfach wahnsinnig gerne. Das ist der eine Monitor. Der zweite Monitor, mit dem ich wahnsinnig gern arbeite, ist ein BenQ Photo Monitor. Was an dem BenQ Photo Monitor interessant ist, ist erstens auch 27 Zoll, der hat also die gleiche Größe wie dieser hier. Zum zweiten ist der aber ein 4K Monitor, das heißt, ihr seht schon, ein Videoschnitt, 4K ist das natürlich spannend, kannst Bilder auch deutlich besser beurteilen. Und was bei dem natürlich auch noch dazu kommt, ist, das ist ein Hardware-kalibrierter Monitor. Also dieser hier ist softwarekalibriert. Die Fotografen unter euch wissen das. Die, die keine Fotografen sind, müssen es auch gar nicht wissen, ist egal. Der, wie gesagt, der andere, der BenQ, ist ein Hardware-kalibrierter Monitor. Und das ist eben wichtig, dass du einen kalibrierten, gleichförmigen Farbverlauf arbeitest. Das ist immer wichtig, wenn du Bilder abgibst, dass die eben beim Kunden so aussehen, wie du sie auch fotografiert hast. Oder dass die auf deinem Rechner so aussehen, wie du das auch gemeint hast. Farbecht. So, dafür brauchst du mindestens mal einen kalibrierten Monitor. Und das macht einfach Sinn, wenn du einen Hardware-kalibrierten Monitor hast. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer als Fotograf arbeitet, der kennt das Thema. Wer nicht als Fotograf arbeitet, braucht sich um den Quatsch auch nicht zu kümmern. So, das ist Monitor. Dann gibt es aber ein paar Dinge, die ich auch immer dabei haben möchte, wenn ich hier fest arbeite. Das ist zum einen meine Maus und zum anderen meine Tastatur. Ich gestehe, ich habe zu Hause am Schreibtisch eine große Tastatur, also mit Nummernblock. Im Camper habe ich jetzt hier nur eine kleine Tastatur, aber eben eine externe Tastatur. Finde ich wahnsinnig wichtig, um einfach normal arbeiten zu können. So, und ihr seht schon, in Summe ist das damit mal so ein ganz normaler Schreibtisch. Also es ist ein ganz normaler Schreibtisch, wie man ihn zu Hause eben auch hat. Bisschen kleiner, aber ein ganz normaler Schreibtisch. So, jetzt haben wir dann darüber gesprochen, was ich benötige, um zu arbeiten. Achso, genau, vielleicht für diejenigen, die jetzt wissen wollen, was macht er denn da eigentlich? Bildbearbeitung mit Lightroom ist für mich ein Thema. Photoshop ist ein Thema. Und natürlich Final Cut Pro 10 für Videoschnitt sind so die Themen. Ja, und alles andere ist eben so Office-Kram. Also Mails machen, Rechnungen schreiben, mein BWL-Tool und solche Sachen. Das ist so das eine Thema. Und dann gibt es aber zwei so Randbedingungen, die aus meiner Sicht unglaublich wichtig sind, um von unterwegs arbeiten zu können. Das eine ist Zugang zu Strom und das andere ist Zugang zum Internet. Und wenn wir über Internet reden, dann muss das auch noch ein sicheres Internet sein. Ja, und zum Thema Arbeiten im Camper möchte ich euch auch mal den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Das ist die Firma CyberGhost. CyberGhost ist ein weltweit führender Anbieter für Privatsphäre und Sicherheitssoftware. Und es ist auch kein Wunder, die haben mehr als 38 Millionen Kunden auf der ganzen Welt. Mit CyberGhost kannst du deine IP-Adresse verbergen, deine Daten verschlüsseln und deinen gesamten Internetverkehr sicher durch einen VPN-Tunnel leiten. Das bedeutet maximale Sicherheit und Datenschutz, egal wo du online unterwegs bist. Und das ist noch nicht alles, denn die Software von CyberGhost ermöglicht den Zugriff auf über 40 Streaming-Dienste, unter anderem natürlich auch Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und BBC. Das heißt, egal wo du dich gerade befindest, du kannst deine Lieblingsserien, deine Lieblingsinhalte einfach in deiner Sprache weiter streamen. Es gibt also keinerlei geografische Beschränkungen oder Zensur. Das trifft natürlich nicht nur für Streaming-Dienste, sondern auch für all deine Internetaktivitäten zu. Das heißt, ob du beruflich oder privat unterwegs bist, du kannst immer auf deine bevorzugten Webseiten zugreifen. Was ich dabei auch noch ziemlich cool finde, ist, dass CyberGhost keine Logs anfertigt. Das heißt, die wissen selber nicht, was du eigentlich genau tust. Es gibt keinerlei Log-Dateien, du wirst also nirgends beobachtet oder geskriptet, was du da tust. Und dann schaut euch mal dieses beeindruckende Netzwerk an. Es gibt mehr als 9000 Server in 91 Ländern und das bedeutet eine zuverlässige, sichere VPN-Verbindung, ganz egal, wo auf der Welt du dich gerade befindest. Ich würde sagen, CyberGhost setzt da wirklich Maßstäbe, wenn es um die Themen Privatsphäre, Sicherheit und Streaming geht. Und das finde ich tatsächlich echt beeindruckend. Und das Ganze funktioniert dann auch noch mega einfach. Das heißt, du lädst einfach nur die App auf dein Endgerät herunter und das funktioniert einfach, ohne dass du große Vorkenntnisse haben musst oder wild irgendwelche Server konfigurieren. Und die haben da wirklich an alles gedacht. Die Software ist verfügbar für Windows, macOS, iOS, Android, Smart TVs und Spielekonsolen und natürlich auch für Linux. Das heißt, ganz egal, welches Gerät du bevorzugst, CyberGhost wird darauf funktionieren. Ja, und das geht dann auch noch auf bis zu sieben Endgeräten. Das heißt, dein Handy, dein Tablet, Notebook, PC, Spielekonsole, was auch immer du dabei hast. Du kannst mit deinem CyberGhost-Account auf sieben Geräten gleichzeitig arbeiten. So, und jetzt kommt's. Wenn du meinen Link aus der Beschreibung verwendest, sparst du glatte 83% auf das CyberGhost VPN-Abo. Das sind nur 2,03 Euro pro Monat und als Bonus gibt es dann auch noch vier Monate kostenlos dazu. Ja, und wenn du jetzt immer noch unsicher bist, du gehst eigentlich kein Risiko ein, denn es gibt eine 45-tägige Geld-zurück-Garantie. Das heißt, wenn du unzufrieden bist mit dem Service, bekommst du dein Geld auf jeden Fall zurück. Und apropos Service, wenn du Hilfe brauchst, gibt es ein Support-Team, das in vier Sprachen, unter anderem auch in Deutsch, verfügbar ist und zwar 24 Stunden, also rund um die Uhr. Also, worauf wartet ihr noch? Ich glaube, das CyberGhost-Angebot ist wirklich gut. Das heißt, du schützt deine Privatsphäre und kannst auch noch von, egal wo du gerade unterwegs bist, streamen und tun, was immer du willst und bist dabei auch noch gesichert im Internet unterwegs. So, und wir sind jetzt dann mal wieder unterwegs in Sachen Arbeiten aus dem Camper. Da geht's nämlich jetzt auch weiter. So, und wenn wir jetzt hier schon so schön mittendrin sind beim Thema Internet, ich hab mich für den M5 entschieden von Netgear. Das ist ein 5G-Router. Ich finde, der ist relativ teuer oder ganz schön teuer, kostet um die 700 Euro, meine ich in dem Dreh. Es gibt inzwischen auch ein neueres Gerät, das ist der M6. Das hier bei mir ist der M5. Der funktioniert aus meiner Sicht hervorragend mit 5G. Und nein, ich verwende den hier in dem GfK-Wohnmobil nicht mit einer externen Antenne. Muss man auch einmal dazu sagen. Ich würde jetzt in einem Kastenwagen, wo du ja in einem Faradayischen Käfig sitzt, würde ich eine externe Antenne tatsächlich dazu empfehlen. Egal, ob das eine Magnetantenne ist, die du drauf klippst oder eine fest verbaute, ist natürlich immer eleganter. Der M5, wie gesagt, ich bin mit dem super zufrieden. Du kriegst auch dann, wenn alle anderen auf dem Campingplatz am Schimpfen sind, dass es kein Netz gibt, habe ich immer noch 5G. Kann Zufall sein, aber bisher hat es immer gut funktioniert. Vom Vertrag her müsst ihr ein bisschen gucken. Wie gesagt, das soll jetzt hier kein 5G, kein Internetvideo werden. Deshalb nur kurz angesprochen. Wir haben hier zwei Karten im Camper. Einmal meine Telekomkarte mit, ich meine, 40 GB Datenvolumen. Und die Caro hat einen O2-Vertrag und da ist eine 140 GB Datenvolumenkarte mit dabei. Eine von beiden steckt immer drin. Im Moment ist es die T-Mobile-Karte, die Telekomkarte. Die O2-Karte ist aber genauso gut. Und je nachdem, also ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, in Deutschland hast du mit der O2-Karte öfter mal Funklöcher. Im Ausland ist die O2-Karte überhaupt gar kein Problem. Hast du auch immer 5G. An der Stelle sei noch mal gesagt, diese, auch dann, wenn du hier in Deutschland einen Flatrate-Tarif hast, bedeutet das nicht, dass du im europäischen Ausland auch einen Flatrate-Tarif hast. Da gibt es diese Fair-Use-Policy. Erkundigt euch da bei eurem Internetprovider. Bevor ihr jetzt loslegt und sagt, ich gehe jetzt mal 4 Wochen nach Spanien und arbeite von da aus. Da sind nämlich auch die 140 GB sehr, sehr schnell weg. Und wie gesagt, wenn du da dich in Deutschland für eine Flatrate entschieden hast, kannst du die in Spanien in der Regel nicht als Flatrate verwenden, sondern gibt es eine Fair-Use-Policy. Da reduziert dein Telekommunikationsanbieter immer das Datenvolumen. Deshalb da auf jeden Fall drauf achten und im Zweifel in Spanien einfach eine Karte kaufen. Meistens sind die da eh viel billiger. So, genau, das ist das Thema Internet. Damit hast du halt WLAN hier und kannst hier einfach arbeiten wie immer, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, so, das ist jetzt, wie gesagt, die eine Seite, das Thema WLAN. Die zweite Seite, oder das Thema Internetzugang quasi. Und das zweite, was ich gesagt habe, was natürlich auch wichtig ist, ist das Thema Strom. Es sei denn, du bist jetzt einer von den Leuten, die sagen, wieso stehe ich immer auf dem Campingplatz und habe einen Stecker drin, dann ist das natürlich, kannst du dich jetzt an der Stelle schon abschalten. Wenn du jemand bist, der gerne autark steht, ich bin so einer, ich stelle mich manchmal tatsächlich auch einfach gerne mal an den Hafen oder so. Stehst du am Hafen, kannst von da aus, guckst aus dem Fenster, siehst du Schiffe vorbeituckern und kannst halt E-Mails machen. Ich finde das mega beruhigend. Mir macht das wahnsinnig Spaß. Besonders so Nordseeküste da oben, hier so Karolinensiel, die ganzen Siele da oben. Naja, will ich euch nicht mit langweilen. Hehe, ich habe so ein bisschen Fernweh, merkt man das? Ne, ne? Genau, also autark stehen heißt, du brauchst Strom für diese Geräte. Jetzt ist es so, mit einem MacBook Pro, diese M123 Systeme, die verbrauchen verhältnismäßig wenig Strom. Die können tatsächlich auch, also mit denen kannst du tatsächlich auch den ganzen Tag arbeiten. Aber nach dem Tag musst du sie ja trotzdem aufladen. Was viele da jetzt machen, ist einfach das Netzteil, was mitgeliefert wird, in eine EcoFlow stecken und damit aufladen, kannst du machen. Was ich halt immer sehr praktisch finde, gerade bei den Apple Produkten, bei den MacBook Pro Produkten, ist, dass du die einfach mit USB-C aufladen kannst. Deshalb gibt es hier im Fahrzeug mehrere USB-C Steckdosen. Die hängen hier am Bordnetz, an meiner Lithium Batterie und damit wird das Notebook aufgeladen. So, damit habe ich das Notebook geladen und da seht ihr schon, damit funktioniert meine kleine Konfiguration gewissermaßen. Also, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich nur mit dem Notebook unterwegs bin, dann brauche ich keinen Wechselrichter, keine EcoFlow, kein gar nichts. Wenn ich jetzt aber komfortabel arbeiten will, das heißt, ich will Videos schneiden, ich will Bilder bearbeiten, arbeite also hier mit meinem großen Monitor, dann brauche ich natürlich Strom. Der braucht nicht 12 Volt, sondern 230 Volt. So, und dafür, genau für den Zweck, habe ich hier im Fahrzeug einen Wechselrichter eingebaut. Muss man aber tatsächlich auch gar nicht machen. Also, du könntest, rein theoretisch gesehen, geflügeltes Wort, könntest du den Monitor auch einfach mit einer EcoFlow, also mit einer Powerstation bedienen. Die muss man halt auch aufladen, darf man auch nicht vergessen. Die ist ja auch nicht unendlich voll. Jetzt gucken wir mal, was der Monitor gerade so zieht. Denn ehrlicherweise hängt der im Moment an einer EcoFlow und gar nicht an meinem Wechselrichter, was daran liegt, dass Winter ist und die Batterie in meinem Auto gerade ziemlich runter ist. Deshalb habe ich den jetzt gerade im Moment mal an der EcoFlow hängen. Der zieht gerade 26 Watt. Also, das ist ja wirklich nichts. Also, das ist wirklich sehr, sehr wenig. Deshalb, also, brauchst du dafür auch keinen riesengroßen Wechselrichter. Ich habe deshalb einen 600-800 Watt Wechselrichter hier im Fahrzeug. Und genau für den Zweck ist auch der Wechselrichter hier im Auto. Und ja, ich lade damit auch die EcoFlow, was damit zu tun hat, dass ich einfach 720 Watt Solar auf dem Dach habe. Und damit ist Dampf eigentlich immer da. Das heißt, ich kann meine EcoFlow laden. Ich kann aber auch mit dem Wechselrichter arbeiten. So, und das heißt, wenn ich den Wechselrichter in Betrieb habe, also autark irgendwo am Hafen stehe, Schiffe gucke und arbeiten will, mit dem großen Monitor, dann hängt der große Monitor am Wechselrichter und wird darüber betrieben mit 230 Volt. So, und an der Stelle sei noch mal angemerkt, mit dem Wechselrichter, den ich hier drin habe, kannst du super problemlos arbeiten, kannst dir damit aber nicht die Haare föhnen und kannst damit auch keine Kaffeemaschine betreiben. Für den einen oder anderen mag das ja ein Thema sein. Auch ist es so, dass ich mich für die kleine Wechselrichterlösung entschieden habe. Das heißt, ich habe einen Wechselrichter, der ist hier eingebaut, zwar fest, hat aber nur eine Steckdose, die ist nach außen geführt. Und in dieser einen Steckdose steckt dann mein Monitor drin. Ich habe also nicht das gesamte System des Fahrzeugs immer auf 230 Volt laufen mit einem Wechselrichter, mit Netzvorrangschaltung und dem ganzen Tralafat, sondern ich habe hier wirklich nur den einen Wechselrichter drin, mit dem ich den Monitor betreibe. Das ist halt eine relativ günstige Lösung. Die einmal günstiger natürlich zu realisieren ist, viel weniger Aufwand. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, aber hat eben auch seine Nachteile. Also kannst jetzt nicht im Badezimmer einen Rasierer oder einen Föhn anstecken, in die Steckdose anmachen, geht. Die sind, wenn du am Tag stehst, tot. Ja, soweit dieses. Was ich jetzt mal so als Fazit mitgeben würde an dieser Stelle ist, überlegt euch das, wie ihr euch einen Arbeitsplatz im Camper bauen könnt, der eurer Art zu arbeiten einmal entspricht und zum Zweiten, der auch so gestaltet ist, dass man da komfortabel arbeiten kann. Ich sehe das ja immer wieder. Wenn auf Instagram die Influencer mal wieder am Strand arbeiten, dann hocken die meistens in ihrem Bus oder in ihrem Van hinten im ausgebauten Bett drin und haben das Notebook auf dem Schoß. Das kann man schon mal machen. Da kann man auch mal ein bisschen arbeiten. Aber so richtig ist das für mich ehrlich gesagt nix und schon gar nicht dann, wenn ich länger arbeite. Jetzt bin ich natürlich auch ein alter Mann. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Das musst du für dich natürlich selber entscheiden. Aber ich bin immer der Meinung, wenn du aus dem Camper ernsthaft arbeiten möchtest, also wie ernsthaft arbeiten möchtest, nicht dieses, ja Chef, ich arbeite mal zwei Wochen aus dem Camper, sondern wenn du ernsthaft aus dem Camper arbeiten möchtest, dann verdammt nochmal, richte dir hier einen ordentlichen Arbeitsplatz ein, besorg dir einen anständigen Monitor, eine Tastatur, eine Maus, sorg dafür, dass du das Thema Strom im Griff hast, sorg dafür, dass du das Thema Internet im Griff hast und zwar wirklich im Internet, weil es gibt nix Blöderes, als wenn du in einer Telefonkonferenz mit deinem Chef bist und immer wieder rausfliegst, weil du dein Internetthema nicht im Griff hast. Weil dann wird es nämlich schwierig, deinem Chef zu erklären, dass Arbeiten von unterwegs eben auch funktioniert. Und das Doofe ist, wenn du das deinem Chef nicht erklären kannst, dann wirst du das bald nicht mehr können und das Blöde ist, deine Kollegen, die werden das bald auch alle nicht mehr können. Deshalb bin ich der Meinung, wenn du schon aus dem Camper quasi diesen Luxus genießen kannst, aus dem Camper arbeiten zu können, dann nimm das bitte auch ernst, verschaff dir einen ordentlichen Arbeitsplatz, mit dem man wirklich auch richtig arbeiten kann, so wie im Büro, so wie zu Hause eben auch, weil das ist dann eben kein Homeoffice, sondern ein Mobile Office, würde ich jetzt mal behaupten. Und deshalb nimm das Thema ernst, weil dann merkt dein Vorgesetzter, dein Chef, dein Kunde, in meinem Fall der Kunde eben auch, ich nehme das Thema ernst und wenn ich sage, ich bin im Camper erreichbar, bin ich wirklich im Camper erreichbar. Das heißt, ich kann hier Telefonkonferenzen machen, ich kann Videokonferenzen machen. Hier oben hängt ein hochwertiges Mikrofon, habe ich jetzt hier beim Arbeitsplatz-Setup nicht erwähnt, weil das ist schon ziemlich speziell, braucht eigentlich niemand, für die meisten Leute reichen hier Ohrstöpsel oder sowas. Aber du kannst hier eben richtig arbeiten und das ist mir sehr wichtig, weil das eben auch zeigt, dass du Respekt hast deinem Kunden oder deinem Vorgesetzten gegenüber, was dieses Thema Arbeiten angeht und dass es eben nicht nur darum geht, dass du eine geile Zeit am Strand hast. Das Schöne ist nämlich, die hast du ja trotzdem. Also ich will sagen, nimm das ernst, dann kannst du anständig arbeiten. Wenn du anständig arbeiten kannst, bist du eher fertig. Wenn du eher fertig bist, bist du eher am Strand. Das soll es von meiner Seite jetzt erstmal gewesen sein zum Thema Arbeiten im Camper. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir ein Like und ein Abo dalässt. Und was mich tatsächlich auch interessiert und schreib mir das bitte mal in die Kommentare, wer von euch arbeitet tatsächlich regelmäßig aus dem Camper und damit meine ich jetzt nicht dieses Oh, ich bin selbstständiger und mache dreimal die Woche einen Instagram-Post, sondern ich meine Leute, die wirklich aus dem Camper arbeiten. Also die entweder selbstständig arbeiten aus dem Camper. Wenn ja, in welchem Beruf, also in welcher Tätigkeit, was machst du da eigentlich aus dem Camper und wie regelmäßig machst du das? Ist das für dich etwas, wo du sagst, das gehört zu meinem normalen Arbeitsleben, aus dem Camper zu arbeiten? So ist das bei mir. Oder ist es für dich so, dass du sagst, ja, mache ich zweimal im Jahr für drei Tage, um mal eine Auszeit zu haben? Fände ich wahnsinnig interessant und auch wahnsinnig interessant, finde ich, die Festangestellten von euch. Also wer von euch in der Festanstellung ist und regelmäßig aus dem Camper arbeiten darf, arbeiten kann, darf das gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Du musst auch nicht dazu schreiben, bei welcher Firma, aber interessieren würde es mich natürlich trotzdem, welche Firma dir das ermöglicht und in welcher Position oder was für eine Aufgabe du da erfüllst? Finde ich ein wahnsinnig interessantes Thema. Ich habe ja selber jahrelang in der Industrie gearbeitet, deshalb fände ich das, also man sieht ja irgendwie, da verändert sich gerade ganz viel und ich finde das ein total spannendes Thema. Deshalb würde ich mich da riesig freuen, wenn du was dazu in die Kommentare schreibst. Ja, so, an dieser Stelle bin ich dann jetzt erstmal wieder raus. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und das, was danach kommt und bis ganz bald. Lasst mir ein Abo und ein Like und den ganzen Quatsch da und dann hören wir uns ganz bald wieder. Der Marc, Tschüssi.